ja und damit ein großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zocker freunde zu einem kleinen info video vielleicht habt das auch mitbekommen vielleicht auch nicht am 23 12 das ist freitag gibt es das winter update und ich bin mega 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 gespannt wie das ganze jetzt funktionieren wird wie was für was was das update beinhaltet wie es weitergeht ich bin echt mega gespannt und was mir auch aufgefallen ist könnt ihr gerne in die kommentare schreiben es gibt kein youtube channel mehr von grant ap darüber hatte ich ja dann immer das neue update mir angeguckt was gibt es neues was können wir testen das gibt es jetzt nicht mehr und ich weiß nicht warum ob das ist ganze mit mit rockstars zusammenhängt ich kann es euch nicht sagen könnt ihr ja gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr dazu mehr wisst generell wenn ihr irgendwelche informationen habt gerne in die kommentare schreiben ja und ansonsten wir sehen uns auf jeden fall am freitag mit einem livestream wo wir uns das update angucken werden oder hoffentlich irgendwie gebacken kriegen oder mitbekommen wie das update dann aussehen wird ich denke mal auf discord wird es eine informationen geben ich bin auf jeden fall gespannt und ja das soll es gewesen sein mit diesem kleinen infovideo lasst gerne like und ein abo da ansonsten sehen wir uns dann morgen mit dem ersten livestream red dead redemption 2 würde ich mich freuen wenn ihr einschalten würde ansonsten schönen abend und bis dahin ciao ciao